Es tut mir so leid. Geht es Ihnen gut? Es tut mir so leid. Geht es Ihnen gut? Bitte rufen Sie sofort die Polizei. Ich möchte einen Unfall melden. Entschuldigung, ich habe meine Handtasche verloren. Wo ist das Fundbüro? Entschuldigung, ich habe meine Handtasche verloren. Wo ist das Fundbüro? Ich muss die Botschaft anrufen. Ich muss die Botschaft anrufen. Soll ich das Auto vollgetankt abgeben? Wo kann ich es abgeben? Wo kann ich es abgeben? Rufen Sie mich an, wenn das Auto fertig ist. Jetzt sind Sie dran. Danke! Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Autoversicherung abschließen. Ich möchte eine Autoversicherung abschließen. Können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen? Können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen? Zuerst möchte ich einen Kaffee für mich holen. Wie hoch ist die Gebühr für Übergepäck? Wie hoch ist die Gebühr für Übergepäck? Muss ich für die hier gekauften Waren Zoll bezahlen? Muss ich für die hier gekauften Waren Zoll bezahlen? Ich habe meinen Reisepiss verloren. Kann er neu ausgestellt werden? Kann er neu ausgestellt werden? Oh nein, wir wurden bestohlen. Bitte finden Sie einen Diebstahl Anzeige aus. Bitte finden Sie einen Diebstahl Anzeige aus. Ich muss irgendwie den stillen Alarm auslösen. Ich muss irgendwie den stillen Alarm auslösen. Sie sind umstellt, geben Sie auf. Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zu Innenstadt fährt? Er kommt in 15 Minuten. Er kommt in 15 Minuten. Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zum Flughafen fährt? Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zum Flughafen fährt? Entschuldigung, könnten Sie mir ein Taxi herrufen. Entschuldigung, könnten Sie mir ein Taxi herrufen. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Können Sie mir sagen, wann meine Familie mich besuchen kann? Können Sie mir sagen, wann meine Familie mich besuchen kann? Entschuldigung, können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen? Entschuldigung, können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen. Um wie viel Uhr kann man an Bord gehen? Um wie viel Uhr kann man an Bord gehen? In zehn Minuten kannst du an Bord gehen. Die hatten es aber eilig. Die hatten es aber eilig. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Es tut mir so leid. Geht es Ihnen gut? Es tut mir so leid. Geht es Ihnen gut? Bitte rufen Sie sofort die Polizei. Ich möchte einen Unfall melden. Entschuldigung, ich habe meine Handtasche verloren. Wo ist das Fundbüro? Entschuldigung, ich habe meine Handtasche verloren. Wo ist das Fundbüro? Ich muss die Botschaft anrufen. Soll ich das Auto vollgetankt abgeben? Soll ich das Auto vollgetankt abgeben? Wo kann ich es abgeben? Wo kann ich es abgeben? Rufen Sie mich an, wenn das Auto fertig ist. Rufen Sie mich an, wenn das Auto fertig ist. Jetzt sind Sie dran. Danke! Jetzt sind Sie dran. Danke! Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Autoversicherung abschließen. Ich möchte eine Autoversicherung abschließen. Können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen? Können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen? Zuerst möchte ich einen Kaffee für mich holen. Wie hoch ist die Gebühr für Übergepäck? Wie hoch ist die Gebühr für Übergepäck? Muss ich für die hier gekauften Waren Zoll bezahlen? Muss ich für die hier gekauften Waren Zoll bezahlen? Ich habe meinen Reisepiss verloren. Ich habe meinen Reisepiss verloren. Kann er neu ausgestellt werden? Oh nein, wir wurden bestohlen. Oh nein, wir wurden bestohlen. Bitte finden Sie einen Diebstahl Anzeige aus. Bitte finden Sie einen Diebstahl Anzeige aus. Ich muss irgendwie den stillen Alarm auslösen. Ich muss irgendwie den stillen Alarm auslösen. Sie sind umstellt. Geben Sie auf. Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zu Innenstadt fährt? Er kommt in 15 Minuten. Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zum Flughafen fährt? Entschuldigung, wann kommt der nächste Bus, der zum Flughafen fährt? Entschuldigung, könnten Sie mir ein Taxi herrufen. Entschuldigung, könnten Sie mir ein Taxi herrufen. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Können Sie mir sagen, wann meine Familie mich besuchen kann? Können Sie mir sagen, wann meine Familie mich besuchen kann? Entschuldigung, können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen. Entschuldigung, können wir in diesem Flughafen einkaufen gehen. Um wie viel Uhr kann man an Bord gehen? Um wie viel Uhr kann man an Bord gehen? In 10 Minuten kannst du an Bord gehen. Die hatten es aber eilig. Die hatten es aber eilig. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutschlandvideos. Viel Erfolg beim Lernen! Namen Ach palabras b Mann Jean chant